Kommt er oder kommt er nicht? Das war immer die Frage. Er kommt nach Europa. Das ist der neue Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid 2024. Wird er bei uns zu haben sein. Schon jetzt haben wir ihn hier im ersten Review. Ich hoffe, ihr bleibt dran hier bei Autonotizen mit mir, dem Bernd und dem neuen elektrifizierten Mitsubishi SUV. In China, in Nordamerika und hier in Japan, wo wir uns das Auto anschauen können, ist der Mitsubishi Outlander bereits auf dem Markt. 2024 kommt er zu uns. Es hat ein bisschen gedauert, weil Mitsubishi Motors bekanntermaßen erst gesagt hat, sie bringen keine Neuentwicklungen nach Europa. Und dann gab es diese halbe Rolle rückwärts, zusätzlich zu den Allianz-Produkten auf Renault-Basis, dem neuen Colt, der dem Renault Clio entspricht und dem Mitsubishi ASX auf Basis des Renault Captur. Die sorgen für neuen Traffic, neuen Publikumsverkehr bei den Mitsubishi-Händlern. Und 2024 sollen die dann auch den neuen Outlander anbieten können. Der Outlander gilt als Pionier bei den elektrifizierten Familien-SUV. Der Vorgänger war da viele Jahre sehr erfolgreich. Spannend wird, wie 2024 der Plug-in-Hybrid angenommen wird. Unter der Haube steckt ein 2,4 Liter großer Benziner. Und der ist dann im Team mit zwei Elektromotoren in diesem komplexen, aber zuverlässigen Hybrid-System unterwegs, was dann auch zwischen einem parallelen und seriellen Hybrid dann wechseln kann. Wir haben zwei Elektromotoren, einen mit 85 kW, 115 PS und einen mit 100 kW, 136 PS. Das heißt Allradantrieb. Die Systemleistung des Outlander Plug-in-Hybrid liegt bei 252 PS. Es kann sein, dass sich diese Daten minimal ändern, wenn das Auto dann für Europa homologiert wurde. 4,71 Meter lang ist der Outlander. Er basiert auf einer Allianz-Plattform, ist damit ein Plattform-Bruder von Nissan X-Trail in den USA, Nissan Rogue oder auch vom Renault S-Bas, dem Siebensitzer. Hat aber eine andere Technologie als die beiden. Das ist ganz interessant, dass die Allianz hier wirklich unterschiedliche Hybrid-Systeme einbaut. Renault nutzt ja beim Austral und S-Bas sein eigenes Hybrid-System mit einem 3-Zylinder-1,2-Liter-Motor. Und der E-Power genannte Nissan-Hybrid ist auch ein eigenes System. Die Formensprache wirkt in sich ruhend. Das Auto ist, wie gesagt, schon einige Jahre auf dem Markt. Deswegen hat man sich, wenn man in der Welt unterwegs ist oder fleißig Autonotizen liest, dann auch schon ein bisschen daran gewöhnt. Der Kofferraum ist ausreichend groß. Die Literzahl liegt uns nicht vor. Und hier beim Ausstellungsfahrzeug ist der Kofferraum auch mit Goodies zugestellt. Aber was wir machen können, ist die Sitzprobe. Deswegen starten wir jetzt ins Auto. Das Cockpit des Outlander hier als Rechtslenker, weil wir ein Auto für den Japanese Domestic Market, so heißt es im Fansprech, JDMK, ansehen, ist eine Mischung aus neuen Elementen und bekannten Bauteilen. Das Multifunktionslenkrad hat die gleichen Tasten wie das im Nissan X-Trail oder auch im Nissan Qashqai. Das gilt auch für das Infotainment-Display, das hier auf der Mittelkonsole steht. Und hier sieht man dann eben, dass die Allianz von Renault und Nissan Mitsubishi natürlich dann auch gleiche Bauteile einkauft und nutzt. Macht ja natürlich Sinn. Wir wollen jetzt mal nicht allzu tief hier ins Infotainment einsteigen. Liegt nicht nur daran, dass ich dann die Sprache nicht verstehe, sondern die Infotainment-Funktionen werden sich natürlich dann auch marktgerecht unterscheiden. Wir werden dann in Europa zum Beispiel ein anderes Navigationssystem haben. Ganz klar, hier komme ich zurück. Und dann kann man eben hier unten mit dem Touchscreen zum Beispiel den Kartenmaßstab verändern mit dem Drehregler. Gelingt das nicht, da kann ich dann aber die Radiosender zum Beispiel verstellen oder auch, wenn ich drauf drücke, dann die Klangeinstellungen. Das kennen wir eben auch aus aktuellen Nissan-Modellen. Die Bedienung der Klimaautomatik erfolgt dann hier unten. Kann ich hier auch Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite dreistufig einstellen und die Lenkradheizung und dann eben hier die Klimaautomatik entsprechend anschalten. Dieses Steinchen hier, was wir auch von Nissan kennen, ist ein bisschen größer. Das dient zum Einlegen der Fahrstufe. Von einem Getriebe zu sprechen, ist ja hier nicht angebracht. Außerdem haben wir hier einen Drehregler für die Fahrmodi. Wir haben eben Allradantrieb und dann können wir hier auch wirklich dann verschiedene Wetterbedingungen in den Fahrmodi dann ansteuern und das Auto hier anpassen. Außerdem gibt es zum einen die EV-Taste fürs elektrische Fahren und auch die Taste zum Laden des Akkus während der Fahrt. Die Setzposition hinter dem Lenkrad ist angenehm. Schön viel Platz herrscht hier. Und das entspricht schon so dem, was man auch vom Nissan X-Trail kennt. Da gibt es ja einen ausführlichen Langzeittest auch bei Autonotizen. Den durfte ich ja drei Monate lang im Dauertest fahren. Und der hat gezeigt, dass es echt ein bequemer Cruiser ist. Und so oft diese erste Sitzprobe kann man das auch vom Outlander erwarten. Mal schauen, wie es im Fond so aussieht. Hier hinten gibt es eine gut ausgeformte Rücksitzbank. Man sitzt ein bisschen flach über dem Innenboden. Wir haben eben hier den Plug-in-Hybrid-Akku im Auto. Und ja, man sitzt schon so ein bisschen höher drauf als im X-Trail, wie ich finde. Aber wenn man jetzt nicht gerade 1,92 groß ist wie ich, dann passt es hier auch mit dem Beinwinkel. Von der Ausstattung her sehen wir hier auch Sitzheizung im Fond und die Temperaturverstellmöglichkeit. Also haben wir eine Drei-Zonen-Klimaautomatik. Dann dürfen natürlich auch Lüftungsausströmer im Fond nicht fehlen. Es gibt nicht nur eine, sondern drei Ablagetaschen an den Rückseiten der Vorderseitlinien und Isofixbügel, die schön weit außen liegen und damit gut erreichbar sind. Die Kopffreiheit ist auch für große Menschen ausreichend. Und man sieht also, der Outlander ist schon ein gutes Familienreise-SUV. Und dafür ist diese Fahrzeugklasse ja auch gedacht. Das war der erste kurze Check des neuen Mitsubishi Outlander Plug-In-Hybrid. Was dann wirklich die europäisch spezifizierte Variante leistet und kann und welche Ausstattung kommen wird, das können wir euch heute noch nicht verraten. Aber ich hoffe, ihr habt diesen ersten Eindruck genossen. Die Preise kann man mal so ein bisschen mutmaßlich einordnen. Wenn man sich mal den Nissan X-Trail e-Power ansieht, der dann schon auch ein Konkurrent ist. Den gibt es ja auch mit Allradantrieb. Der kostet dann in der höchsten Ausstattungslinie Tecna Plus bis zu rund 57.000 Euro. Und in dieser Preisregion ab 50.000 bis 60.000 Euro dürfte sich auch der Outlander einpendeln. Wenn man das Mitsubishi Modellprogramm so kennt, dann wird es verschiedene Ausstattungslinien geben, Basis, Plus und Top. Und ich bin mir fast sicher, dass es zum Marktstart auch eine Intro-Edition geben wird. Wann genau der Outlander zu uns kommt, kann ich noch nicht sagen. Es dürfte so früher, Mitte 2024 sein. Aber das erfahrt ihr dann natürlich auch bei Outer-Notizen. Da gibt es jetzt auch schon mehr Infos zum neuen Outlander. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare, Fragen und Meinungen. Schreibt das alles unten ins Kommentarfeld. Ich werde die meisten davon beantworten, natürlich alle lesen. Wenn ihr Lust habt, den Kanal zu abonnieren, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich freue mich über euer Abo und euer Videolike. Danke an den Andi fürs Filmen und bis zum nächsten Mal bei Outer-Notizen. Ciao.